Hallo zusammen, ich bin jetzt wieder eurer Tchela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und freue ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold rauspulvern dazu bin ich jetzt hier in Boralus, weil ich da meine Twink-Chars auf dem zweiten Account immer stehen habe um denen dementsprechend ein bisschen Gold rüber zu handeln ich werde es euch gleich mal zeigen und zwar habe ich hier meinen Stufe 10 Char und da werden wir jetzt ein bisschen im Auktionshaus scannen ich habe nämlich da schon ein Item gesehen, was für mich interessant ist und als allererstes können wir dem jetzt ein bisschen was rüber handeln ich muss gerade mal nochmal schauen, aus welchem Server der hier ist der ist Twisting Neter genau, also 300.000 handeln wir dem jetzt mal rüber halt, das sind 3 Millionen, so müsste passen und zwar habe ich da ein nettes Item gefunden, was ich haben wollen würde wenn wir jetzt hier einmal reinschauen habe ich hier ein Item also es gibt hier ein paar so removede Sachen und so wo ich ein bisschen am überlegen war aber da lasse ich jetzt erstmal die Hände von ich will ja eigentlich nur Sachen kaufen bis 50.000, die non-removed sind und bis zu 200.000 kaufe ich Sachen, die removed sind da wäre jetzt eigentlich nichts dabei ich habe jetzt hier einmal Schuhe die sind nicht mal removed, die gibt es aus Gnome Regan die kosten jetzt hier 300.000 ich habe vor, die trotzdem zu kaufen und zwar will ich euch jetzt mal zeigen, warum es gibt ein paar Items, wo ich eine Ausnahme mache ich bin jetzt hier im All-of-Things drin im Classic-Bereich und im Classic-Bereich gibt es halt ein paar Zonendrops und diese Zonendrops in diesen Classic-Dungeons sind halt ein bisschen anders von der Drop-Chance das sind so die die paar Items, die ich jetzt hier drin habe sind in WoW die Items, die die aller niedrigste Drop-Chance haben deswegen gehen die im Normalfall auch für mehrere Millionen Gold weg wenn wir jetzt hier mal drüber fahren 4-5 Millionen also die sind eigentlich alle über ein paar Millionen Gold, die Sachen teilweise hier auch Gold-Cap wenn man dann scannt und schaut, für wieviel die im Auktionshaus sind dann ist es oftmals so, dass nur EU-weit 1-2 drin sind und dass die halt dann für ziemlich hohe Preise sind ich habe jetzt mal die Schuhe hier geguckt es gibt hier verschiedene Item-Level-Geschichten auf Undermine-Exchange heißt die Seite jetzt mittlerweile gibt es tatsächlich nur die Itemstufe 31 und wenn wir jetzt hier durchgucken auf allen EU-Reams ist das Teil genau einmal drin für 500.000 und anscheinend hat er die andere Item-Level-Stufe nicht und dementsprechend kann man die da gar nicht suchen das ist ein bisschen schade, aber gut, so ist das genau und jetzt habe ich mir überlegt die Sachen kaufe ich tatsächlich teurer 300k ist relativ viel Gold aber für so ein Item geht es weil man die im Normalfall halt deutlich teurer nur kriegt das Gute ist es gibt ja mittlerweile diese Quantum-Items aus diesem Dämmerung der irgendwas dem neuen Raid oder ne nicht Raid sondern 5-mal Dungeon ich muss immer nachgucken wie der Laden heißt Dämmerung des Ewigen genau da gibt es ja diese netten Quantum-Sachen vom Endboss ich glaube die sind im Loot-Table nicht drin, aber dann kann man sich alle möglichen Slots holen das Blöde ist man kriegt da leider keine Schuhe, Handgelenke, Gürtel und Umhang aber die anderen Slots kriegt man also man kriegt nen Kopf man kriegt ne Brust man kriegt Handschuhe man kriegt die Hose Schultern bekommt man und alle Waffen und von den Sachen die mir jetzt noch fehlen sind eigentlich alles Waffen Köpfe wie ihr hier seht Schultern kriegt man glaube ich auch Zauberstab ist auch ne Waffe das einzige was ich nicht kriegen kann über die Quantum-Items sind diese Schuhe heißt die muss ich mir auf jeden Fall so besorgen das Zeug zu farmen das kannst du knicken also ich hab schon viel gefarmt in WoW aber das kannst du nicht farmen das kannst du vergessen ja das hat schon Grund warum die teilweise nur ein oder zwei mal EU weit drin sein dementsprechend machen wir jetzt hier ne Ausnahme und kaufen diese Schuhe jetzt hier für 300.000 Gold in dem Fall ist das tatsächlich ein Schnapper muss ich sagen ja also ich hab die sonst immer nur für weit über ne Million Gold gesehen wenn ich sie irgendwo im Ahage drin hatte und ja ich denk mal das war's auf jeden Fall 12 jetzt handeln wir das Teil wieder zurück an den Main dann kann ich sie auf den Kettenschar schicken und dann haben wir das zum Glück schon mal raus an der Stelle guti und ähm dann ich muss mal gucken können wir die natürlich auch gleich austragen aus meiner Liste also die packen wir jetzt hier einmal ach schau mal mein Shami ist da schon vorbelegt wunderbar also zu dem schicken wir das rüber dann tragen wir die hier schon mal ein das haben wir ausgegeben 297 und auch aus meiner Mock Liste können die raus äh ihr seht hier aus Gnummerigan gleich das allererste Item das sind die Schuhe die können wir einmal rausschmeißen und jetzt wird's da auch wieder weniger jetzt sind's noch 1,2,3,4,5 Items aus Uldermann eins aus Shadowfang Keep und zwei aus dem Kloster quasi also neun Stück ne fünf, sechs, sieben, acht Stück sind's insgesamt noch gut haben wir schon mal den ersten großen Posten und dann gucken wir mal weiter ob wir noch ein bisschen was finden als nächstes habe ich hier auf Lothar noch was gefunden und zwar hier einmal den Gürtel im Black Market der ist einmal vom Ordos und ja diesmal hatten wir Glück haben das für's quasi Mindestgebot gewonnen einmal hier 4500 das tun wir jetzt hier einmal noch eintragen also aufgerundet sind es 5k und dann gucken wir mal weiter dann habe ich jetzt hier noch auf Eredan ein Item gefunden und zwar wieder von Ordos aus dem Black Market diesmal haben wir Beine die nehmen wir auch mal raus und ja da konnte ich wieder zuschlagen für ein Mindestgebot die tragen wir jetzt auch in die Liste mit ein jetzt gucken wir mal hier nochmal 5k und dann schauen wir weiter so udala jetzt müssen wir einmal hier in eine Aufnahme reingucken und zwar hatte ich das Problem dass mein Headset irgendwie rum gespackt hat ich habe mir mittlerweile ein neues gekauft deswegen ist jetzt quasi auf der Aufnahme nur der WoW Sound drauf aber kein Voice Over das machen wir jetzt ich habe mir hier einmal noch einen Umhang im Black Market gekauft für wie ihr seht 200k das ist hier einmal weiß irgendwas Umhang und das ist ein removedes Teil gab es anscheinend damals in Classic in Kalendor oder nee das ist ein Kopf das ist gar kein Umhang ich habe mich jetzt gerade verguckt ich hätte es fast gelernt und ja das schicke ich auf meinen Priester und da werden wir das dann einmal lernen das Ding hat halt das Symbol von dem Umhang ich glaube damals als ich es aufgenommen habe hatte ich es auch fast verkackt also das hat jetzt hier knappe 200k gekostet und das können wir aus der Liste quasi auch einmal rausschmeißen dass wir da wieder ein bisschen aufgeräumter sind so dann haben wir hier gleich die nächste Aufnahme ohne Sound da habe ich mir was im Black Market gekauft wie ihr seht einmal vom Ordos wieder ein Item und ja wieder selbes Spiel 4500 Minimumgebot also knappe 5k haben wir uns das Teil geholt ist diesmal ein Stoff-Item und ja das können wir dann quasi auch einmal in die Liste mit eintragen wieder mit 5k und dann würde ich sagen schauen wir einmal weiter dann war ich hier noch unterwegs ich glaube das müsste Thrall sein und da habe ich ein Dolch gesehen hier ein Removedes Item hat es anscheinend damals im Arati gegeben ist auch von dem Rare quasi der aber halt nicht mehr existiert das haben wir uns jetzt hier für 200k dann ist das glaube ich ja 200k gekauft und ja da es unter euch ist und ich hier auf einem Druid-Char bin kann ich das direkt lernen ah hier habe ich noch die Liste reingezogen ne wo man dann ein bisschen sieht wie es EU-technisch aufgestellt ist auf Thrall beziehungsweise auf Azolyan-Rub hätte es gegeben für 200k und da sind sie EU-weit die günstigsten das gucke ich nebenbei mal so ein bisschen nach einfach um zu sehen okay wenn ich ein Item sehe das in meinem Preisbereich ist vielleicht gibt es das ja noch irgendwo günstiger und dann kaufe ich es lieber irgendwo anders bevor ich halt dann da zu viel ausgib aber hier war es tatsächlich EU-weit das günstigste Item und ja haben wir wieder quasi eins mehr ähm dann müssen wir das noch einmal aus der Liste austragen beziehungsweise einmal eintragen also da haben wir den Dolch 200k und jetzt sind wir schon bei 700k angelangt also doch einiges jetzt müssen wir mal gucken ob das hier noch in der Liste drin ist nein es ist nicht in der Liste drin sprich ähm ja das hatte ich anscheinend schlichtweg nicht eingetragen so Udala dann sind wir hier nochmal auf Thrall unterwegs da habe ich mit dem DK auch noch ein Item gewonnen und zwar ist es wieder was von Ordos diesmal ein Platten-Item hier nicht ganz fürs Minimum Gebot 4950 heißt ähm da wurde eins zweimal drauf geboten aber auch noch relativ günstig ne also um die 5k sind wir wieder das kann einmal raus und ähm dann können wir das auch noch in die Liste mit eintragen dann haben wir hier das Item die Zauberplatte und das ist dann quasi auch für 5k so Udala dann habe ich auf Equin noch was gefunden und zwar hier den Taillenschutz den habe ich auch aus dem Black Market für ja insgesamt 5000 Gold ist auch ein Orders-Item und auch das können wir einmal in die Liste eintragen also hier nochmal für 5k dann habe ich hier noch ein Char auf Blackhand oder wo ist der? ne auf Thrall ist der tatsächlich und da hatte ich anscheinend ein Item vergessen seht ihr jetzt ist schon ein paar Tage her dass ich das im Black Market gewonnen habe nichtsdestotrotz habe ich es zum Glück noch gesehen und habe mir das gleiche auch noch nicht gekauft jetzt nehmen wir das mal raus und tragen das auch einmal in die Liste noch mit ein mal also hier für 5k haben wir uns die Plattenhosen einmal geholt und dann würde ich sagen hauen wir die auch gleich wieder weg und ja das ist wie die anderen Items auch wieder eins von Orders und dementsprechend wird die Liste ein bisschen kürzer dann bin ich auf meinem Schamanen hier auf Erinda und dort haben wir wieder ein Orders Teil gewonnen hier einmal den Gürtel den packen wir jetzt einmal raus einmal wieder für 4500 und auch den tragen wir einmal hier in die Tabelle ein also da haben wir ihn und zwar 5k als nächstes habe ich jetzt noch ein Item hier auf Kazak gefunden und zwar haben wir hier einmal ein graues Item aus der Rückkehr nach Karasan und ja einmal hier für 30k ich würde sagen das tüten wir mal ein und dann trade ich das auch gleich schon mal Main einmal rüber halt stop da haben wir uns jetzt ein bisschen verklickt so also haben wir ach ne ich muss noch eine Post nehmen obwohl ich kann doch auch hier einen Postkasten aufstellen machen wir das mal so bewegen wir uns mal möglichst wenig so also raten wir das rüber mit dem können wir das nämlich dann gleich lernen UT da haben wir das Teil und dann legen wir das mal an sodala dann können wir es noch einmal eintragen beziehungsweise es mal einer anderen Liste raus schmeißen also da haben wir den Gürtel knappe 30k waren das jetzt und jetzt gucken wir mal wo es hier drin ist schauen wir mal ob ich sie überhaupt eingetragen habe ah ja okay das ist jetzt eins von den zwei Items die aus Karasan noch fehlen da hatte ich ja letztens glaube ich nochmal eins ich glaube das hier hatte ich nochmal zusätzlich eingetragen weil das gefehlt hatte Juti dann schauen wir mal weiter jetzt bin ich mal noch auf ein bisschen exotischeren Server unterwegs und zwar ich meine das ist ein französischer Uldermann heißt der und ihr seht da ist jetzt auch nicht sonderlich viel drin da sind gerade mal elf Items drin die ich noch brauchen kann unter anderem hier diese Handschuhe und ja ich habe jetzt gerade kein All the Things an aber ich habe nachgeguckt das sind EU-weit so die günstigsten und das müsste T0,5 sein wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre 160.000 ist natürlich ein Removedes und es gibt drei, vier andere Server wo es auch für denselben Betrag drin ist und ich würde sagen ja also einmal hier eingetütet jetzt tun wir das mal kurz rüber traden ich habe mein Main da wieder rumstehen mit dem können wir das dann auch gleich lernen wunderbar haben wir das auch weg und wo ist das her? unsere Schwarzherrspitze Schattenjäger Jägerin Woschgein oder wie die heißt keine Ahnung aber ich schätze mal das muss das T0,5 sein genau so jetzt gucken wir mal ähm hoi ich habe die Nachbildung der Handschuhe der Schattenkunst die kann ich noch kriegen die habe ich nicht muss ich mal gucken wo ich die herkriege die Nachbildung gut also das haben wir dann tragen wir das jetzt einmal in meine Liste ein also hier die Handschuhe 160k waren das jetzt und dann schauen wir mal ob sie hier drin sind ach ja genau da habe ich schon mal gesucht gehabt genau hier unten bei den removeden Items sind sie drin und da können wir sie einmal rausschmeißen so jetzt gucken wir mal ah 197 wird doch langsam da sind jetzt noch 70 die Ingame verfügbar sind naja so Dalla dann bin ich jetzt nochmal auf Blackmore gelockt hier habe ich ein bisschen was ersteigert und zwar gleich zwei Sachen aus dem Black Market einmal habe ich für knappe oder so ein bisschen über 5k wieder mal ein Ordos Item rausgezogen verdammt ich habe das falsche Ordos Item gekauft nein ich habe das Platten Item gekauft scheiße ich wollte es mit meinem Worry haben ja gut okay da haben wir live verkackt ich dachte ich habe das Stoffteil gekauft und mit dem anderen naja kacke naja gut das waren 5k die waren richtig wasted und was aber nicht wasted ist ist das T3 Teil und zwar habe ich mir das für 73.000 gekauft ist auf jeden Fall deutlich günstiger als wenn ich es mehr crafte aber jetzt tragen wir die Schande noch mit ein einfach das falsche Ordos Item ist das RIP also warte mal 5 Waste Ausrufezeichen und dann haben wir hier 73 mit dem T3 Item also richtig ah wir haben eine Punktlandung genau auf eine Million ja nice das ja da müssen wir jetzt leider leider Schicht im Schacht machen für das Video wenn wir genau auf die Punktlande gekommen sind schön rausgewastet haben wir aber naja gut aber das T3 Teil ist auf jeden Fall eine feine Sache 73k ist okay also unter 100k ein T3 Teil zu kriegen vor allem hier auf dem vollen Hypop Server ist schon nicht so schlecht sind nur Handgelenke in Anführungszeichen aber ist wieder ein Item mehr und gut das hier ist natürlich sehr mies aber gut dafür haben wir jetzt 5k rausgehauen ist okay Jutti dann sind wir wieder mal durch mit dem kleinen Waste Video hat mich gefreut dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt schaut ihr gerne beim nächsten Mal wieder rein Euer Tolo bis dahin tschau